Nach durch. Ja? Was? Was hast du gesagt? Hä? Was? Was? Tomato! Ja, gut. Was? 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 Ja, bis hoch zwei. Ich geh gleich oben rein. Hey! Hey! Oh! Gott sei Dank bist du nicht wie du nie gestern. Der hat mich gestern deswegen rausgeschossen fast. Der hat mir 33 HP stehen lassen. Hier, Sniper. Warte, hallo. Schau das gleich raus. Warte. Perfekt, so. Brauchst du noch einen Schilddrang? Ich hab zwei. Ne, mach mal du dich voll. Ich bin schon angeheselt. Achso. Deswegen. Lass uns wieder hochgehen. Ja, jetzt ist doch der mit dem Schauschützengewehr. Da sind sie wieder. Warte, was wir jetzt machen? Komm hoch. Tschau, Nick. Die Monitor musst du dann auch noch rausschmeißen, gell? Warte, schmeißt du sie ja gleich raus? Ich geh mal Richtung Brücke Alles Beim Steinhaus war auch noch keiner Hm Tomatotown ist noch irgendwas? Ich weiß nicht was Ich stelle noch ein Schildrang auf alle Fälle für dich Jawohl, das ist sehr gut Oh, Triggern! Yes, baby Komm, Taylor, das war auch fast ein Win Hier war noch keiner, wie geil Was ist das? Wo ist man? Doch, hier unten sind sie Scheiße, wie komm ich jetzt hier hoch, Mann? Wo sind sie? Unten in deinem anderen Haus drüben Ich kann mal nicht rein, wie komm ich denn in die scheiß Kiste ran, ey? Ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich weiß es Drüben, bauen sie sich hoch hier Ja, warte Bei beiden Granaten hier Bei beiden Granaten hier Ja Ich renne mal rüber Ja, ich komm mit Das gehört an die Lampe, ja Kann ich machen, ja Nein? Hinten ist er, hinten ist er doch Nein hinten ist er, hinten ist er Der ist an diesen Container gleich runtergesprungen, runtergesprungen, runtergesprungen Alles muss mal alleine machen hier Ich hab dich nicht mal gesehen, ey. Ja, das glaub ich dir, dass du dich nicht gesehen hast. Ich hätte ihn auch nicht gesehen Trotzdem ist Morgan B auf diese Scheiße hoch. Das haben sie schon geholt. Dann mal wenn ich... Daumen ist es drin, ja Was komm ich denn da... So kommst du hoch, ja. Oh, toll. Neu im Vier, ja ey. Wo? Wo Nils? Du hast doch draufgehoben, die lagen da. Die sind da mit rausgekommen. Ach hier, da hab ich nicht mit aufgehoben. Da hast du die Truhe. Da hab ich nicht mit aufgehoben. Danke. So hier im Ding ist leer. Ok. Bitte, 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 score. Ah, hinter mir, 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 hinter mir. Ich komm, ich komm, ich komm. Ah, vom Hügel oben. Vom Hügel oben. Und vom... Der ist am Trailer hier. Der kommt rum? Genau. Vorhin von dir. Lässt er sich wegholen, Alter, du Lappen, Junge. Keine gescheiten Waffen für den Nahkampf. Ja, ist halt so. So, wie lange muss ich jetzt noch unterladen? Immer noch 6 Stunden. Alter, für 4 GB, Junge. Ich habe eine 500er Leitung. Halbe Stunde ist es da, spätestens. Aber nee. Ach, Tiller, wir waren halt immer so nah. So auf 2er. Zum Kotzen. Also du bist eben am Tag aktualisiert, hä? Die Statistik. Boah, Alter, hoffentlich, hoffentlich holen die richtig Punkte heute. Wer denn? Das Spiel ist schon vorbei. Was ist das Ergebnis? So, wohin. Ja, wir fliegen nach außen. Können wir noch in der Beide im Tuf sitzen. Ich fliege direkt zum Heißwagen. Fliege so hoch ans Haus. Klar, ich meine, ich habe doch heute schon so oft am Sieg geknappert. Am Sieg hat man heute schon, oder? Ich weiß jetzt gar nicht. Ach, scheiße, ich weiß, warum Mary nicht reinkommt. Ich muss gleich die Party mal öffentlich machen. Am Eiswagen ist gar nichts. Ich fliege gleich ein weiter nach hinten. Ich habe 2 Drohnen hier auf alle Fälle an der Hütte. Gut. Schon besser wie ich hier. Ich fliege noch gar nichts. Hier ist auch nichts. Ich meine, eine Pistole? Doch, wenigstens das. Und eine Schrotz. Gut. Ich komme zu dir hochgelaufen. Noch mal. Ich muss gar nicht so weit zu gehen. Zu dir kommt einer. Sehe ich hier. Wo ist er hin? Ich verfolge ihn. Hat zwei Hits. Kommt er ans Haus? Er kommt zu dir, ja. Das arme Schwein, ey. Er hat noch keine Waffe. Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ich habe ihn rausgeholt ja ich habe ihn bestraft dass sie hergekommen ist brauchst du eine waffe habe ich gerade mitgenommen die bläumen 16 achso die war ein schweiner ich habe alles ich habe schon was ich brauche stellen wir kurz die party auf öffentlich scheiße den muss man kommt ja nicht hier starten wir schnell noch ein mary ein bisschen mary kann ich da auch noch was warte schreibe ich noch mal kurz hier schnell im ding ich habe sprungplattform kommst du so 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 ich kann mich aber noch was einstecken red bull ich hatte das so eine geile runde da war ich noch auf dem turm oben drauf und hab gesagt komm den knall setz mal richtig wecker da ist schon weggesprungen ich hab den ganzen drum abgesenzt man aber richtig geil das ist mal außenrum nicht durch den wald ich mag den wald nicht ich mag den wald nicht mi 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 nee wie raus gibt es ab und zu noch eine kiste mi 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 hast nur schiss durch den dunklen wald alter rotkäppchen ja ich hab schon den kill oh geile jungen 30 steil jungen hey 313 steine habe ich jetzt hin ich hab 188 ok fruit ich mach echt schnell da geht es nochmal rein in den Keller doch war schon war schon aber in dem türkisen bisschen weiß noch nicht glücklich nehmen weiß ist noch truhe drin welche gestorben scheiße man das ist doch zum köpfen ach ich komme nicht hoch ist es zu blöd dich da hoch zu bauen oder wie gerade schon ich habe es aber gleich so jetzt nachdem ich das halbe dach erstmal abgedeckt habe hier weil da eh nichts drin ist grüne m4 ist noch drin die heizung ist gut deutscher na ist wieder bock oder was da waren gerade auf dem zweiten platz scheiße da liegt noch ein blaues sturmgewehr ich habe doch eine blaue ist ja du sagst da liegt ein grünes da liegt noch klaus sonst habe ich nie gesehen auch schon wieder annehmen ich würde leiden etwas dass sie die prohalte abhauen ja haben wir gerade gestartet du kannst machen wir haben noch 23 gegner ich laufe jetzt mal bis tomato town da muss ich kurz aufs klo weil ich muss tissen wie ein loch kannst du mal schön anhalten du sack die schlafen bis zum edit daheim alle machen wir machen wir machen wir machen die kiste auf macht nichts einer der es nicht weiß wie es funktioniert das spiel dann aber dann ich stelle mich jetzt in die ecke safe und smart papappappappappappappappapp bigkeit mal kümmer sich da an schaden machen die ja so die macht schaden pro sekunde 171 181 kritische schaden 50 prozent medikit was 50 prozent sowieso 100 achso kritische treffer chancen 5 prozent reichweite 3000 reichweite eins schuss rade schießen oder hat die warte nur drei schüsse ok wieder da und hat sich wieder hoch gebaut ich baue noch ein bisschen steine ab hier wenn ich gerade immer hier bin wenn wir hier sind können wir noch ein bisschen steine mitnehmen ob das dann im singleplayer auch so läuft mit der zone glaube ich nicht da musst du halt die zombies schnitzeln wirst du äh anstatt 100.000 peken haben aufpassen nicht dass von der farm noch welche rüber laufen hier gell 2 40 airdrop hier war schon jemand ja fast 255 das ist auf dem hill oben ne wir können uns aber kriegen ja wenn da jetzt keiner hingeht und schneiden uns wechseln ey hier ist noch zu rico ist ungelootet wenn ich es richtig gesehen habe ne die ist offen ich habe gesagt es sieht aus als wäre es hier noch zu los spielt jetzt diese lootkiste an mir ein airdrop der ist immer noch da ich lebe bloß noch 13 in die zone ok das ist ein dritten mal kleiner willkommen die meisten kommen aus dem depot guck doch mal wie der bus lang gefahren ist mensch ach der ist auf dem baum der drop da baue ich mich jetzt so wuchs mit scheiße oder wir bauen den baum ab na dann kommt der nicht runter und der ist ja auch weg ne man weiß ich nicht ah links 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 baut sich der noch einen hier gleich auf S unten im tal da wird er aber schon beschossen lasst er sich bekriegen also wenn der drop jetzt nicht runter kommt wäre es böse ah ja von rechts unten ah der will mich holen ja ja check it up ah sauber jo airdrop kommt runter ja nichts besonderes drin hier Schildrank nochmal als kannst du bis 2 Waffen mitnehmen oder was ey ah pinkes skull vorsichtig ich wurde von dort aus gesnipet hm 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 von wo aus wurdest du gesnipet da hinten irgendwie oh von da hinten jetzt geben wir doch mal eine Richtungsangabe man da oben auf äh 155 155 bauen sie sich ein schieß unten mit 2 mit 2 Granaten hier das ganze Ding weg ich komm zu dir und dann kriegst du gleich nochmal Raketen Munition hinter uns kommt ein airdrop runter ja können wir uns holen dann ja warte ah ne ich hab gar nichts ist das schwere hier also hopf schwere ja hast du die Ska ne ich hab keine Ska du hast keine Ska ja klar also ich hab eine ich glaub die hatten alle beide eine gleich nochmal gucken ich hab den epischen Raketenwerfer ah geil ich hab auch einen ich hab keine Munition schon schon Schilddrang Schilddrang meins 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 nein nicht die was oh lass mal hinten noch gehen auf die Mitte von der Insel da da müssten die grad eben hergesnipet haben von der Mitte von der Insel die sind mich tot oh ich kann gleich sowas von sprayen oh natürlich liegt da nichts mehr rum oder was oh ihr Wichser jetzt müssen wir da drüber laufen ey oh mitten in das Tal oh jetzt sei nicht die haben ja oh komm leck mich am Arsch ey da liegt die pinke Ska hey da liegt nochmal ein guter Raketenwerfer Achtung die haben auch Raketenwerfer kennst du doch oder jetzt das ich das das war nicht Also Adrian, ich bin in der Zone drinnen. Oh, na die auf S bei mir, bei dir auch auf S. Die kriegen jetzt einen, wo ist der zweite? Da kommen immer zwei runter eigentlich. Machst du gerade einen auf Buschklinger? Ja, ich hab keine Lust mehr bis zu bewegen, aber... Ich nehm mich gerade. Ja, das sieht natürlich aus. Ja, natürlich. Ah, da unten waren welche, alles klar. Es lebt mir immer noch sieben. Scheiße. Wie kriegen sie sich da hinten auf jeden Fall? Ja. Der ist noch unten, das kann sein. Ja, hab sie. Hier oben ist ne Goldene, hier oben ist ne Goldene, hier oben ist ne Goldene. Die kommt gerade runtergerutscht für dich. Danke. Lass immer hinten lang laufen. Lass die Sprungplattform aufbauen und angreifen so. Die sind da drinnen, hier oben ist er, hier oben ist er, ja. Ja, die zweite geht, die dritte, er baut sich gerade ein. Jawohl, du hast ihn noch reingeworfen. Bausprungplattform, komm. Schnell, schnell, schnell. Scheiße, ich komm nicht ran. Aber egal. Waren wir ganz einfach hier. Hab ihn. Hab ihn. Hab ihn. Gehen. Das wird jetzt ein Win hier, Junge. Achso, das warst du. Ach, das ist nur noch einer? Ja. Ja, komm, dann rush. Na, warte, stopp. Wo ist der? Der ist weggeflogen, weggeflogen. Ist er auf den Baum hochgeflogen? Ne, ich hab ihn. Ich hab ihn. An dem Zonenrand. Schöne Kick in the Rush hier. Ah, geil. Wie viele Kills? Ein. Vier.